Herzlich Willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, ja, ja. Ich stehe drin und tötet den arglistigen Schemen und sammelt Aufseher-Schlüssel. Es hört sich irgendwie nicht gut an. Nee, es hört sich irgendwie nicht gut an. Ach, der! Ja, nein, das Ding, deshalb bin ich hier wieder raus. Das war verbuggt, hoffentlich funktioniert das jetzt. Mal schauen. Oder hatte ich hier den Batscher drin? Ja, ich glaube, hier hatte ich den Batscher drin, glaube ich. Hallo. Hier gibt es keinen. Hier ist nichts los. Hau doch nicht alles klein hier. Ja, aber wenn da vielleicht mal Gefangene drin sind. Also hier ist der Schlüssel. Also das Schloss, meine ich, wo wir rein müssen, aber... Links, links. Du drückst einmal und der macht es zweimal. Du drückst zweimal und er macht es dreimal. Du drückst und er macht es eine Minute später. Ja. Ja. Oh, warum sagst du mir das nicht vorher? Du bist so doof. Du kannst mich an gar nichts erinnern. Jedes Mal muss ich da alleine dran denken. Wir müssen nach unten, das weißt du nicht. Hallo. Ja, es ist dann mich eine Stunde, damit ich mich bloß nicht bewege, ey. Das ist ein Spiel, ne? Das ist wie ein PvP-Kantik. Hier ist ein Boss, Achtung, Achtung. Hier oben rechts ist ein Boss. Der hat mich, glaube ich, zerlegt. Das ist dieser Typ. Achtung, äh, hier hinter. Ne, wo bist du? Hä? Der, das ist so ein lilaner Schimmer. Ja, sollen wir da reingehen? Komm, wir gehen da rein. Sicher? Nein. Egal, ich sterbe. Ach, ne, das ist so einer. Ne, das ist der nicht. Das meine ich nicht. Also wir haben den Schlüssel gesammelt anscheinend, ne? Weil du hast den doch nicht gekriegt, oder? Ich nö. Ja, einer hat den gewömmelt. Ich hab einen Wolf auf dem Rücken. Aber ich hab irgendwie sowas komisches hinter meinem... Bin mir nicht sicher. Geister schlechter tötet immer Geister. Ich hab zwar jetzt grad nur einen Trang genommen, aber gut, dass ich einen Geister beigetötet hab. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Truppe zählt. Ich weiß nicht, ob, äh... Also ja gut, meine Kumpels hier werden auf jeden Fall zählen, denke ich mal. Na, 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 na. Da kannst du noch so auf den Scherz, dann kommst du da nicht durch. Was ist hier jetzt davon? Hallo, sammelt es auch mal ein. Ich glaub, wir müssen jetzt zu der Tür gehen, die nicht aufging. Oh, was hast du denn jetzt aktiviert? Das war eine Bombe. Hier ist aber auch noch was. Hier, hier, die Tür kann man jetzt öffnen. Mach mal die Tür auf. Da wird ein Schlüssel für benötigt. Ich dachte, den hast du. Ich hab nichts bekommen. Keine Ahnung. Oh, ich hab den. Entschuldigung. Ich hab's aufgemacht. Ich hab's aufgemacht. Das waren deine Geister. Ich dachte grad schon. Sollen wir erstmal hier die Kamera bereinigen? Nee, da ist nix. Da ist ein Chat. Was soll man da bereinigen? Von Gegnern bereinigen. Ih, da war jemand drin. Ihr habt netzübergreifendes Spielen aktiviert und könnt Spielern begegnen, die auf anderen Plattformen spielen? Achtung. Ich komm hier nicht mal rein. Hier kommen ganz viele Gegner. Ach so. Ich muss. Okay. Das ist doch noch nicht ganz weg. Ich hab das Gold geklaut und es gehört mir. Und ich hab das Gold. Komm her, die Höllenbrut. Ja. Gib dir Saures. Und ich nehm mir das Gold. Gold. Oh. Oh. Wie sieht der denn da aus? Das ist der Wärter. Hallo Wärter. Sorry Wärter. Wir wollten dir nichts tun. Sicher? Da hinten ist ne ne Ding. Vielleicht nicht immer für andere. Da ist ne. Das Ding kann man nehmen. Also ich finde das mag. Oh. Hier ist die Action des Ruckels. Im Karton. Dung, 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 dung. Äh. Hup! Ja, das war. Wann? Was ist das denn da gemacht? Die wieder rausgeholt? Was warst du denn? Da ist ein Trank auf dem Topf. Da ist ein Trank auf dem Topf. Ja, da hinten ist die Tür hinter uns. hier ist feierabend ja dann müssen wir da vorne hin aber da brauchen wir einen schlüssel für oder zwei schlüssel was kam denn hier raus es ist nicht nett sowas ohne seine freunde zu machen bring doch mal ein paar party gäste mit wir brauchen noch die gegenstände blutsteine müssen wir wieder nach hier nach rechts hier dann lassen sie mal rechts runter gehen da kommt man weiter ich habe doch schon extra hier auch noch nicht darunter oder später ich sehe wo es ist wir hätten doch runter gehen müssen hier unten rechts ist eins ja aber da müssen wir oh ich bin so schnell ich bin so schnell tötet 1000 gegner mit kritischen oder was weiß ich was denn für eine scheiße hier ich habe einen eingangsschlüssel schlüssel schlüssel ja weil ich gekämpft wie wild ohne dich ist ja schön weiter gerannt so hast du gekämpft sag ich dir nicht da war ich ja eben gerade wie das kommt schnell wieder ganz viele aber ganz heftige ich schaue dir auf den gut dass ich diesen schwein noch genommen habe jetzt eben den habe ich mir nämlich noch geholt als ich hier so viele gegen hatte hier ist noch ein komischer hund im hilfe spälen wir in kanäle keine ahnung felsbesetzte keine ahnung was das was ist dämonenherz dämonen haben doch gar kein herz hier unten ist das ding was wir brauchen ja das sehe ich nein du bist so blind ich nehme es selber ich schieß dich an ich hau dich was mir hier noch mal gucken hier ist nix nein das leckt was ist das lauf nach oben 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 links dann lauf mir hinterher durch diese gitter tür dann legt das da rein und dann geh alleine da durch nein jetzt kommen erstmal böse da raus bestimmt nein doch nicht kann man sich noch heilen hier irgendwo da ich bin voll ich bin voll und ich bin wieder voll ich habe die innere ruhe erhalten und 39,5 oh meine hand tut weh ich kann nicht mehr spielen seine hand tut weh das geht mir ständig so nee nur bei dem fix spiel hier ich hau hier auf den Punkt deswegen spiel ich mit controller weil ich so Probleme mit der mit der hier in der Hand machen kann das ist die geißel des landes ne siehst du das der kotzt irgendwie oh gut dass ich grad kein Schaden bekommen hab der hat gerade feuer gekotzt ach du scheiße geht der gar nicht kaputt der war jetzt aber gegen den anderen war dieser hier easy ja easy easy lemon voll am rumstöhnen dann ja der war aber total easy total easy 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 brand bikini ist ihm gar nicht aufgefallen Ja, ich würde sagen, dann sind wir fertig. Ja, nach dem Verlies waren wir dann noch im Gewölbe der Verlassenen und dummerweise gab es ein kleines Problem mit der Aufnahme. Das lag dann allerdings, kann man ganz ehrlich sagen, am Nutzer. Ich hatte nämlich dummerweise die falsche Taste gedrückt, so wie es aussieht und leider nicht in dem Moment überprüft, ob es auch tatsächlich aufgenommen hat. Dann hatten wir einen kurzen Cut gemacht, sind kurz rausgereist, abwechselnd und haben unser Inventar wieder leer gemacht und entsprechend wieder reingereist. Und da habe ich dann die richtige Taste gedrückt. Und bevor ich euch das jetzt antue, so ein halbes Verlies zu sehen, werde ich euch zumindest noch den Endboss eben davon zeigen und wie ich letztendlich dann doch noch Level 40 erreicht habe. Viel Spaß damit. Ich will immer deinen komischen Troll umhauen, weil der ist mir irgendwie... Was für ein Troll? Das ist ein eiserner Golem. Jetzt habe ich jetzt mal einen Sperrverbrauch wegen dir. Verschlossen. Los, heil dich nochmal. Verschlossen, ich kann es nicht öffnen. Ich aber. Geh weg. Ich bin der Chef. Aber ich kann den Rüstungsständer kaputt machen. Wieso kannst du den öffnen, wenn ich den Schlüssel nöple? Oh, das ist diese erzogene Hexe, ne? Oh, wow, wow, wow. Die ist scheiße. Die hatten wir doch schon mal. Also die hatten wir doch vorhin schon mal irgendwo. Komm schnell, die ist gerade betont. Hau da auf. Auf die Hexe. Ich will doch schon mal. Hallo, was nehme ich hier für einen Schaden? Ja, die macht den Schaden. Oh, wow. Nichts wie aber toll Was ist jetzt los? Hallo? Sie hat keinen Schaden genommen. Ja, das ist schon verwundbar, oder nicht? Ihh, wie ekelig. Hast du es gerade noch gesehen, wie das Licht verlegt? Hä, und wo ist mein Luz? Hallo? Luz? Zwei oder drei Sachen habe ich jetzt glaube ich gerade. Hast du Luz gekriegt? Ich weiß nicht, zwei oder drei Sachen, aber auf jeden Fall ist es abgeschlossen gewesen. Ja, ja. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.